Du bist jetzt vorbei, oder? Ja. Okay, dann kann ich ja jetzt über dich herfallen, oder? Kann ich ja die Kleider vom Leib reißen? Ich bin ganz schön scharf aus. Was findest du so scharf? Also, deinen Arsch will ich ganz geil und deine Brüste sind auch perfekt. Und das Shirt? Das hab ich extra für dich gekauft. Das Shirt? Gutes Stichwort. Das Shirt ist, warte. So, das gefällt mir gleich viel besser. Was ist das hier? So, jetzt gefällt mir das Shirt. Na, ganz vorbei ist der Film ja noch nicht. Was machst du? Aber jetzt hab ich André, glaube ich, lange genug zappeln lassen. Und zum Glück hab ich ihn jetzt endlich wieder aufs Turn gebracht. Und jetzt heißt es einfach nur genießen. Ich habe diese Rolle hunderttausend mal im Traum gespielt. Ich fühl mich gut dabei, mich auszuziehen. Weil er mir endlich auf die Titten und jetzt nicht mehr in die Augen liegt. Das war's für heute.